Guten Morgen und herzlich willkommen bei Alternet Packt aus. Heute haben wir was ganz unscheinbares. Wir haben so ein bisschen schon gesagt, da kommt was im Teaser. Kleines braunes Päckchen. Achtung, das ist es. Das kleine braune ominöse Päckchen. Manchmal ist es so, dass wir auch was vorab geschickt bekommen, bevor die Welt das kennt und weiß. Gerüchte sind im Umlauf, aber wir gucken jetzt hier mal rein und was sich hier tatsächlich drin verbirgt, könnte die neueste Generation SSD sein. Vielleicht ein Standard, da kommt was. Intel hat was vorgestellt. 3D Crosspoint. Hier haben wir brandheiß, die ganz neue Intel Optane SSD 900p. Hier eine Variante als Add-in-Karte. Ist wirklich sehr unspektakulär. Da ist nicht viel dran. Hier haben wir eine Half-Hate-Karte, das heißt die passt auch in Desktop-Systeme mit einem flachen Gehäuse. Was wir hier lediglich dabei haben, ist der Adapter auf die volle Bauhöhe der Add-in-Karte, dass wir sie in ein normales Gehäuse einbauen können. Das montiere ich jetzt um und danach geht es weiter mit den Benchmarks, weil das ist echt heiß und ich bin gespannt, was das Baby kann. Also bis gleich in den Benchmarks. Wir sind jetzt soweit. Ich habe die Optane SSD, die 900p von Intel, habe ich eingebaut in unseren Rechner, in unser Testsystem und jetzt wollen wir noch mal schauen. Im letzten Video habt ihr gesehen, haben wir eine 69er Evo von Samsung gebenchmarkt und wir haben uns das angeschaut. Da bin ich auch schon ein bisschen auf die Q-Tiefen eingegangen, dass wir die Meister Performance bei der 69er mit der MVME SSD, dass wir die bei Q-Tiefe 32 haben. So, das haben wir natürlich nicht beim Desktop. Jetzt sind wir mal gespannt, wie wirkt sich das denn auf den Benchmark aussetzen, wo wir die Optane hier drin haben. 3D-Crosspoint-Technologie. Was genau dahinter steckt, brauche ich euch nicht hier zu erklären. Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Wichtig ist nur, es ist ein anderes, der Chip ist anders aufgebaut. Also das heißt, die Ansteuerung von den einzelnen Zellen. Wir haben dadurch auch eine Verbesserung der Halbwertszeit der SSD. Das heißt, bei der normalen SSD sagt man ja, die halten bestimmte Anzahl Lese- und Schreibzyklen aus. Das ist aber bei der Optane anders. Die soll laut Intel bis zu 15-fache Ausdauer haben. Das heißt, gerade im Bereich, wo wir große Videos rendern, wo große Simulationen laufen, ähnliches, wo viel gelesen und geschrieben wird auf dem Laufwerk sieht es ganz anders aus. Das heißt, da hält uns die Optane SSD ganz anders. Wir sind da, Intel sagt, von der Performance zwischen NVMe und DRAM. Das heißt, wir sind geschwindigkeitstechnisch da ganz groß dabei, was den Speicher betrifft. Man kann auch die Optane, kann man unter Linux zumindest aktuell mit dem DRAM zusammenschalten. Das heißt, ich habe dann ganz viel RAM auf einmal. Super klasse. Aber nichtsdestotrotz zum Test. Wir haben die, ich habe hier ein Screenshot vom Crystal Disk Mark von der 69er. Wir haben bei Q-Tiefe 32 und ein Thread haben wir hier Werte von 3400 MB die Sekunde circa. Und beim sequentiellen Lesen und beim Lesen von 4K-Blöcken, Q-Tiefe 32, haben wir 772. Das behalten wir uns jetzt mal so im Hinterkopf, um einfach mal zu gucken. Ich starte jetzt den Benchmark, der kann durchlaufen. Und dann werden wir mal sagen, was da passiert. Wenn ich meinen Mauszeiger finde, Mauszeiger. Ich suche meinen Mauszeiger. Das mache ich immer. Weil er möchte schon seinen Mauszeiger haben. So, Test läuft. Das ist das Alter. Manchmal kommt man da nicht mehr so hinterher. Gut, wir sehen jetzt, was hier passiert gleich und vergleichen die Werte. Ja, wir haben unterschiedliche Bauformen für die Optane SSD. Was wir jetzt hier eingebaut haben, ist eine Add-in-Card, halbe Bauöhe. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Können wir aber umbauen. Wir haben Slotblenden für beide Gehäusebauformen. Die gibt es auch noch in dem U2-Format. Das ist dann etwas anders da als das M2-Format. Da gibt es ein spezielles Kabel. Das heißt, wir haben eher so eine 2,5 Zoll Bauform im Gehäuse und spezielle Kabel. Und da gibt es die in der Variante mit einem M2-Adapter. Also das heißt, ihr könntet die im Prinzip auch direkt im kompatiblen Board einbauen, wenn wir einen M2-Slot haben. So, wir sehen schon die ersten Ergebnisse. Das sieht jetzt gar nicht so aus, als wäre das besser. Q-Tiefe 32, ein Thread, haben wir 2627 MB lesen und auch circa 770 MB lesen bei den 4K-Blöcken. Ist also nicht so spektakulär, was da jetzt passiert. Da kommt noch mehr. Warten wir es ab. Wer den Crystal Disc mal kennt, wir wissen hier unten bei sequentiell und 4K, da sprechen wir immer von Q-Tiefe 1 und von einem Thread. So, und baboom, da ist es auch schon. Sequentielles Lesen. Q-Tiefe 1, ein Thread. Schaut es euch an, wenn ihr das seht hier. Wir sind bei 2400 MB die Sekunde circa. Da liegen wir fast 1000 MB über der Samsung-SSD. Das ist auch Wahnsinn. So, und da kommt es auch schon. 4K-Blöcke Lesen. Mit der Optane sind wir bei 306 MB die Sekunde. Gegenüber knappen 50 bei der 69. Also letztendlich, der weitere große Vorteil der Optane ist die geringe Latenz. Also das heißt, wie viel Zeit vergeht zwischen Anfrage der Operation und Ausführen der Operation. Da sind wir bis zu Faktor 10 schneller als bei der MVME-SSD. In dem Fall hier bei der 69 zum Beispiel. Ist jetzt die große Frage, die sich stellt, die alle im Hinterkopf haben. Naja, die Zahlen ist ja schön und gut. Sieht jetzt hier und da nicht so gut aus. Da besser aus. Hier größer, da kleiner. Hier ist immer je größer, desto besser. Aber was heißt es letztendlich? Nutzt mir die oder nutzt mir die nicht? Tja, das ist die große Frage. Ich denke, für den Otto Normalverbraucher wird die SSD jetzt nicht erstmal so sein, dass man sagt, boah, muss ich haben. Gerade bei dem Preis. Mal gucken, was der Aftermarket dann so bietet, was sie kosten wird. Könnt ihr euch im Zweifelsfall dann auch bei uns auf der Webseite informieren. Und da werden jetzt einige sagen, boah, ich kriege doch für das gleiche Geld mit Sicherheit viel mehr Speicherplatz auf einer normalen SSD. Respirative sogar schon auf einer M2-NVME-SSD. Aber das ist halt die große Frage. Neue Technologien kommen und wenn sie kommen, sind sie immer erstmal teurer. Das ist normal. Wer hätte gedacht, meine erste SSD, die ich im Rechner hatte mit 60 GB, die hat ein halbes Vermögen gekostet. Aber es war halt schnell. Gegenüber der normalen Festplatte. Horrido. Und von daher an die PC-Enthusiasten, die wird es reizen, wahrscheinlich da direkt so ein Ding reinzuhauen. Und ihr werdet mit Sicherheit auch nicht direkt merken, dass man im normalen Betrieb, dass es besser wird. Das ist halt die Frage, in welchen Anwendungsbereichen ich da so rumdümpel, um zu gucken, nutzt mir die oder nutzt mir die nicht. Aber für die Gamer, die Ladezeiten sollen besser werden. Das heißt, Transition Screens und ähnliches wird schneller aufgebaut. So. Der Test ist jetzt fast durchgelaufen, beziehungsweise die Ergebnisse stehen schon da. Der Test wird auch gleich anhalten. Hier seht ihr eindeutig, dass wir insgesamt die besseren Werte bei der Optane haben. Und das mit Q-Tiefe 1 schon. Also das heißt, ihr werdet es jetzt nicht merken, wenn ihr Dateien transferiert. Ja, also ihr kopiert eine große Datei, ein Gigabyte. Das ist halt dann auch nicht viel schneller. Aber letztendlich dann beim Arbeiten, je nachdem mit was für Daten ich da so hantiere, habe ich dann doch schon den großen Vorteil. Tja, das ist es auch schon. Optane SSD 900p von Intel. Ich finde, ist eine Wahnsinnsgeschichte. Da könnte echt was draus werden. Und wenn man jetzt, wie gesagt, im entsprechenden Bereich arbeitet, ist es cool. Für einen Zocker ist es bestimmt kein Muss. Das muss man definitiv sagen. Aber wer weiß. Also macht euch ein Bild davon. Und wenn ihr wollt, könnt ihr kommentieren im YouTube-Video, weil auch hier haben wir wieder ein Gewinnspiel. Die passt bestimmt noch bei euch in den Rechner. Also kommentiert fleißig. Probiert es selber aus. Vielleicht habt ihr ja doch Glück und könnt euch bald als Besitzer wähnen. Das war es auch schon wieder hier von Alternate Packt aus. Heute mit der Intel Optane SSD 900p. Und wir sehen uns mit Sicherheit beim nächsten Unboxing, Review, Benchmark oder ähnliches. In diesem Sinne, haut rein und tschüss. Haben wir noch Ton? Ja. Dass die Batterien leer sind. Ja. Ton ist nämlich immer gut.